Momentan gräbt sich jeder sein eigenes Grab oder baut sich eine Brücke ins neue Himmelreich. Bruder, Schwester, was tust du? Gräbst du dir ein Grab, wo du dich dann reinlegst und für immer schläfst, tot bist, zur Erde wirst? Oder baust du dir eine richtige, herzliche Brücke der Liebe in eine neue Welt, in der die Sonne scheint und das Leben da ist? Ich hoffe, du bist an der Brücke beim Arbeiten. Deinem Herzen hier, nicht in deinem Kopf hier, wo das Grab gegraben wird. Und dich dann runterdrückt auf zwei Meter Tiefe. Lebe ewig, Bruder, Schwester. Wir sind eine Familie der Liebe Gottes. Ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Liebst du mich auch?